Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pumarang Fu. Wir hatten mal wieder Bock auf das Spiel. Vor allem deswegen, weil es neue Sorten gibt. Es gibt eine Soda, es gibt Pommes, wie ihr da schon bei IG sieht. Es gibt Sushi und es gibt Ananas. Das ist kein Sushi. Das ist Ramen. Das ist ein Nudeln. Es gibt neue Outfits. Okay, das ist jetzt neu. Ja. Moment, da muss ich doch mal die Outfits durchgucken. Ich bin Tepidave! Vor allem mit diesen fettigen gelben Haaren. Ja! Da bekehrt! Das fängt ja schon mal sauber an. Mike hat... Mike schummelt. Ja, okay, ich geb's zu. Ich hab gescheatet! Was war das? Das fängt ja an! Ich bin pranked! Nein! 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 Okay, jetzt kämpfen wir gegeneinander! Du hast keine Chance gegen mich! Das war nicht so cool, wie wir gedacht haben. Ja, Emil muss man mal lernen. Ach, das war nur die Aufwärmrunde irgendwie. Hast du noch mal Glück gehabt, dass ich dich nicht komplett zerstört habe? Und ich komplett labiert hab? Nein! 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 Jeder hat ihn. Nein! Der Junge! Nein! Was? Warum ist da dieses scheiß Portal? Nein! Was ist das? Nein! Was ist das? Nein! Was ist das? Nein! Wo bist du? Nein! Ich war so verwirrt! Ich hab mich selbst geschlagen. Au! Oh! Habt ihr sogar geholfen, das Eis zu brechen? Bubbleteat gewinnt! Sie guckt, ich bin ein Eisbrescher! Lol! Ich hab so Stäbchen oder... Naja, das sieht irgendwie aus wie so paddeln. Kann ja immer so eine Zitrone in mir haben. Mike, verlebt mich wieder! Los! Hast du das gesehen? Ja. Oh mein Gott! Ja! Ey, du Bastard! Du hast mein Shit geklaut! Ja, kannst du sehen, wo der Pfeffer wächst. Tja, gut, dann schlüpst du jetzt. Tue ich das? Ja. Nö, ich mach's alleine. Ja! Ich brauch's dafür nicht! Der goldene Bumerang, hab ich recht, Dingy? Nein! Nein! Einfach nein! Ich bin so goldig! Ich hab den... Mehr verdient! Das ist unfair, Mike! Geh da weg! Mike! Mike! Nein! Warum funktioniert das? Kann man bitte Mike wieder in seinen Fuß schießen, so wie immer? Nein! Nein! Willst du nicht, Dingy? Nein! 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 Hä? Was war das gerade? Ich dachte mir, es war so ein Sternwald. Aber niemand ist gestorben. Und ich dachte mir, hä? Wieso kämpfen wir noch? Nein! Er hat den goldenen Bumerang! Mann! Ich will nicht mehr mit Tibo mal ankommen, wenn es so weiter geht. Ohne Scheiße, lasst mich da einmal gewinnen, lasst mich da einmal erfolgen in meinem Leben. Finale Runde, weil ich werde gewinnen, wenn du bist ein... P auf der Charakter, das war ich natürlich da. Alter, hast du den Blick über mir gesehen? Achso, du hast es. Alter. Das ist grad so spannend. Nein! Das ist überhaupt noch der Du! Du Duuuuun! Oh, 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 oh! Alter! Ey! Mann! Ich töte dich, Mac! Ich geh' nicht! Okay! Jaaaaaaah! Achievement! Punktfertiger Ausweiter! Wie geil! So Leute, jetzt spielen wir eine neue Runde, aber diesmal mit zwei anderen Leuten. Wir spielen mit Danny. Hallo! Und mit Tomaro. Hallo! Ich bin König der Kickstarter. Äh, ja. Wir wollten eigentlich auch mit Ingi spielen, dass wir so zwei gegen zwei machen, aber Ingi ist ähm, er ist verunglückt. Ja. Ähm, deshalb spiele ich mit dem, äh, Cepioden-Team. Und die beiden Nudatsche kämpfen gegen mich! Halt! Ich wünsche euch viel Glück! Danke, dass du mir das Buch lässt! Ähm. 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 Oh. Nimm sie auf! Oh, was raus! Ja, danke! Wow, wieder! Bam! Ja, danke! Ich bin! So, und? Wow! Wie du geguckt hast! Wow! Oh! Bist du mir weggeklaut? Oh, das tut mir aber leid! Wow! Wie du geguckt hast! Wow! Oh! Bist du mir weggeklaut? Oh mein Gott! Das ist so, so intens! Juck, hör auf! Hä? Du bist Klaus! Ja! Oh! Das war so klar! Ich hab keine Ahnung, wo ich war, Juck! Ich bin Rutschi! Zing! Komm, mach! Nein, mach nicht! Aua! Oh, fuck! Das ist interessant! Mach nicht, Bruder! Glück, ob ich dann weggeschubst werde! Oh, wie geht's, mein Freund! Nein! Nein! Ich gewinn das noch, ich sag's euch! Ich gewinn das noch! Oh, explosiver Bumerang! I like that! Bipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip! Wieso war's 108 malама da unten? Ich bin echt ins Wasser gelaufen! Oh, Battle Royale! Die Battle Royale. Nein! Neun! So, ich mach jetzt beim Waldbrand, ist so scheißegal. Ich mach jetztm Waldbrand. Was ist denn nicht gerechnet? Teammates! Teammates! Ja! Nein! Ja! Ich liebe meinen Teammates! Ich liebe ihn! Ich liebe ihn! Nein! Mein Teammate ist der Beste! Ich liebe die geile Milch! Ich bin explodiert! Du bist in den Abgrund gesprungen, Mike! Sober! Nein! Du bist in den Abgrund gesprungen! Du bist in den Abgrund gesprungen! Loll! Holy Ananas! Let's go! Let's go! Ah! Hab schon gewonnen! Hab schon gewonnen, Mike! Machst du das? So rumschreibe! Nein, das war ich nicht! Was? Die 2 Punkte? Oha! Wie OP! 0! Oh, weil du 2 Kills hast! 2 Kills hast! Wow! Oh! Oh! Nein! Nein! Was ist das? Komm her! Ja, komm her! Okay, das ist schlecht! Das ist sehr schlecht! Das ist ziemlich bad! Das ist schlecht! Komm durch die Beine! Durch die Beine! Ha! 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 Komm, das ist hier! Ha! Ha! Ich glaub, der hier so richtig laut schreien hört im Hintergrund, dann hört man nur so ne Aufnahmen so, äh! Okay, jetzt geht's! Okay, Leute, macht das! Ha! Eisboomerang! Oh! Ja, komm ruhig! Komm noch! Oh! Was! Telekinese in der Arsch! Das ist ein comput sendiri! Ähm... Das ist so tablespoons Jens, bitte! сколько wür равно Auf mir den Arsch zu treten, du Bastards! Du hast mich geklaut! Du hast mich geklaut! Du Arsch! Aua! Du kannst von deinem eigenen Bumerang übrigens auch sterben, wenn du die... Das hab ich dir versucht zu erklären. Toll, Selbstmord zählt. Selbstmord zählt als Minuspunkt. Dankeschön. Ich frag mich womöglich... Flechi, nein! Fresse! Bin ich der Richtige? Bin ich der Richtige? Bin ich der Richtige? Ja, ihr macht... Machst mal, ne? Was hab ich denn da bekommen? Ich glaub das... Fuck. Wer ist der Echte? Wer bin ich? Stütze ab! Ey Leute, Thomas gewinnt noch. Das geht nicht. Das kann nicht so verlaufen. Alter, Michael, hör auf von dir ab zu blicken. Maul, Alter, ins Maul. Alter. Tja, was jetzt, Alter? Was jetzt? Ja, nein! Nein! Warte, 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 warte! Ja! Nein! I won! Deni! Ja, no! Hey! Okay. Let's go. Wir spielen... Goldener Bumerang. Halte den goldenen Bumerang als längstes fest. Ich hab ihn nicht. Ich hab ihn nicht. Ich hab ihn nicht gemeint. Ich frag mich, wer der Richtige ist. Keine Ahnung. Was? Ich hab ihn gedrückt! Ja, Alter! Nicht auf diesem Untergrund! Ey, was? Was? Baaam! 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 Ja, bist'n Folly, du. Oh, maaaam! Fak, Alter! Ich bin gesprungen wie ein Springen, der Finner! Baaam! Baaam! Was? Ich bin verbrannt! Wieso bin ich verbrannt? Jo, danke, Lads! Was ist so... Was ist passiert? Helps? Jo... Danke! Danke, Anne! Tschüss! Ja, tschau! Tap, orbiter! Oh, ich geb's dir noch verbrannt! Ashley- Aufwiene mit, ich hab ihn! F≥ Ha-H Movie- Ich denk aber das is'n der Bumerang, aber es is'n nur deine Schleife da! Oh, gehst auf mich, geh doch auf den! Nein, du Vollidiot. Ich weiß es nicht. Genau nicht auf mich. Wieso wirft ihr den goldenen? Ich hatte noch einen normalen. Ja Leute, das hat Spaß gemacht mit euch zu spielen. Falls ich nochmal so ein Video machen soll, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das bleibt da und äh... Abonniert mich. Ich bin dafür, dass wir immer Maik umbringen lassen. Auf Prinzip. Bei jeder gegen jeden erstmal Maik ausscheidend. Ja.